Es gibt vielleicht etwas, das ihr noch nicht über Jason Norman wusstet, der in Rufus 2 den Hund spielt. Ich bin eigentlich mehr ein Katzenmensch. Ah, komm her. Komm her. Er ist nur schüchtern. Keine Sorge, wir machen das dann dauernd. Komm, sei lieb zu Hörchen. Nein, ah, ich weiß nicht, er liebt mich, er liebt mich. Ich weiß nicht, warum er so komisch ist vor der Kamera. Na, komm. Udi, 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 udi. Guck mal. Toll, die sind meine besten Freunde, meine einzigen. Hi. Jetzt feiert gefälligst. Oh, entschuldige. Na, komm. Holt sie euch. Oh, hey, wow, nicht streiten. Was sagte ich über streiten auf meinem Schoß? So ist gut. Du könntest auch mal arbeiten, okay? Weißt du was, Geralt, du bist raus. Du bist gefeuert, verschwende hier. Guck doch mal, wo willst du hin? Mach weiter so gut mit, okay, Mann? Cool, okay. Na, 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 na? Taft wieder. Nein! Ernst Nummer 15 kal bringing Choruskarnech hat. Ach, wenn jemand nicht so gut getrunken. Was verabend. Ich weiß nicht so gut. Ich weiß nicht so gut.